Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Projekt. Ja, dabei haben wir jetzt mal den Stefan und den Nick. Hallo, um zu erklären. Ja, Spektor uns ja rausgeworfen, zeige ich jetzt mal. Na? Ja. Ja, aber warte. Ne, erklär. Und wo sollst du gehen? Naja, gut. Wir spielen hier in Fiddy Beast Unleashed. Ihr wisst, wir hatten das schon mal. Also Stefan, Spektor und ich. Könntest du Spektor dann zimzieren? Also mit so einem Piep-Ton? Ja, nur mehr, dass man nur mehr sph hört. Ja, spuck. Und wir dachten uns jetzt, wir wollten Fiddy Beast weitermachen. Und das machen wir jetzt auch. Und da haben wir eine gute Gangt. Der einzige Unterschied ist jetzt halt, dass der da noch dabei ist. Der mit dem roten Bäckchen. Gut, das sind Rosene. Ja, das sind so halt Rosene. Gut, ähm. Los, Barbecue, Food, Message. Jeder hat 16 Apple-Bots bekommen. Oh, da ist das Rosene, holt's an meiner Kalkap. Wow. Ja, ich baue es ja gerade die ganze Zeit auch bei mir ab. Weil, ich werde definitiv im Raum mit diesem Holz hier bauen. Ja, aber, also, und wir in dem Projekt, dass wir Spaß haben, ja. Und es soll vernünftig sein und wir machen keine Scheiße und so. Also, einfach normal spielen. Hey, nicht schau halt. LOL. So, ich bin jetzt wieder zurück. WB. WB vor allem zu dir. Da gab's gerade irgendwie ein Problem. Ja, ja, und, also, ne, wir haben schnell Ofen gecraftet und das Essen reingegeben, also, nicht. Und so. Und was hat immer wie noch immer keinen Ton. Äh. Ey. Nein. Also, das ist schön. So, warte, mein Schatz. Das gehen wir schon wieder im Marsch. Vier Samen. Yo, das Barbecue-Footman. Ich schwöre, ich komme nicht, ich komme hier irgendwie drauf, nicht klar. Gibt's hier keine Koh... Ah, jetzt. Hier. Da oben ist Kohle. Nein, toll das mal. Aus den Eisen macht ihr aber keine Rüstung, bitte derzeit. Hä? Und da sehen wir sich auf für was. Ein Zombie war hinter mir. Und ich hör den natürlich nicht. Eigentlich, das Minions-Stand. Ich wollte gerade sagen, gibt's da eigentlich diese Minions-Stand? Ich hab ne Minions-Stand. Äh, ja. Naja, aber es wäre... Wow, ich hab' den Ausbau auch anfangen. Hä? Ausbau? Ah, nee, ich bin hier hoch. Ja. Ja, aber was cool wäre das, wenn wir schon so schnell wirklich so ne Turtle hätten. Einig Turtle. Ja, genau. Das dauert aber noch lange. Da brauchst du mich dir, aber... Wäre ich mich nicht ihre. Da denke ich ja, wie... Warte, ich komme hier. Ein Projekt hatten wir übrigens schon dir, ja? Ja, fünfzehn. Das ist nicht weniger. In Vito Biss ist es ja so, dass man ne... Turtles... Ne, warte mal. Für ne Turtle bräuchte man ne... Eisentruhe, Computer... Nein, man braucht keine Dias. Natürlich, mein Turtle. Ne, ne Diamond Pickaxe. Ach, ich so weiß es. Ja, drei, die aber... Ein bisschen nachdenken. Ja, ein bisschen. So. Würde ich das was ausmachen? Also, ich würde ne Folge 15 Minuten machen, würde ich das was ausmachen, wenn ich dann... nach 15 Minuten kurz runtergehen und das... Äh, Hexenzüge schon. Ich bitte bist nur ein Starter, weil dann hab ich Ton. Ja, klar. Ja, kann's schon machen. Das sind scharfe, soll man die umbringen oder zuerst züchten? Züchten, oder? Äh, du könntest scheren, eine Schere machen und dann könnt man Betten machen. Meier, stimmt. Es wird sowieso so. Sowieso. Was ist das denn für Nubels, warte mal. Ich war der Win. Hast du gerade Eisen da rausgenommen, ne? Ne, ne, ich hab nur welches reingehoben. Dann mache ich schnell ne Schere. Oder so. Scheiße, jetzt wird's Nacht. Deswegen ja. Und da ist nur ein Schaf. Ich hab bis jetzt zwei Wolle. Ich hab ein. Also ein Bett geht sich schon aus. Aber ich würde die Schafe nicht umbringen. Nicht umbringen. Ich hab ne Schere. Jawoll. Jetzt sind nicht mehr fehl. Da, oh, da. Oh, hier ist jetzt relativ, warte mal, soll ich die Kühe umbringen? Aber auch nicht, alle. Auf jeden Fall züchten. Ich hab neun Wolle, ich hab neun Wolle. Warte mal, auf was hören die Dings? Auf Werzen, glaub ich. Wer? Hühe, auf Werzen, oder? Hühe auf, ja, Werzen. Auf Weizen, nicht auf Samen, scheiße. Hühner auf Samen. Hühner auf Samen, ne? So, aber hier sind keine Hühe da. Oh, das war mich auf Rücken, das ist ja. Doch, irgendwo waren hier Hühner. Das sind uns aber weg, da waren aber welche. Holzer, du, das du, ein bisschen. Also ein Umverarbeitet, das hab ich. Ey, sehr viel, natürlich, aber. Komm, Creeper, der hat, der macht Charmsdale, der Creeper. Ich sehe euch nicht mal, wo es sein wird. Ach, da bist du. So, was ist das? Äh, Leute, ich hab mal Hund, äh, wohl mit dem. Hallo, wohl mit dem Hund. Keine Ahnung, wir haben hier noch keinen Stall dafür. Das ist toll, ich's. Sau, Huhn. Ich hab drei Beeten. Gut. Ich würd sagen, sofort schlafen. Ja. Ich geh jetzt fast da. Ich geh mit, ähm. Warte. Ja, was? Äh. Wollen wir gleich so einen kleinen Mini-Stall bauen? Ja, ey, warte, warte. Hund, du bleibst mir hier. Ich fahr, ich fahr im Holz, während du... Ich hab genügend Holz eigentlich. Du musst das Hohn behalten, grad. Flo, komm mal kurz zu mir. Ich geb dir doch mal eben hier. Okay. Und jetzt? Machst du einen kleinen Stall. Wo, dann ich mach schon, dann ich mach schon. Okay, dann machst du das, dann geb ich dir das Holz. Wo, sogar pinken Zorn. Ja, das muss natürlich sein, ne? Ich, ich stehe gerade, ich stehe gerade die ganze Zeit rum. Wow, Skelett. Schau dir die Augen und ja, hab definitiv. Spaß mit dir, würde ich hier zwar auch behaupten. Du hast Spaß mit dem Hund. Äh. Darf ich das falsch verstehen? Nein. Warum nicht? War ich das hier? Ich hab auch oft mit Hühnern Spaß. Nee, eher mit Schweinen. Oh, schau du. Das ist auch kaum mit Hund. China. Du Dreckst. Ich war mal, kann das, hallo? Ja, hey. Na? Und? Was ist mit dem schief? Kommst du mit? Na ja, wie das? Komm, komm. Komm. Ist er jetzt drin? Nein! Ey, du. Alle. Ich werde gemopft. Das muss ich sehen. Huhn! Ey, komm doch mal. Hallo! Es hinkt ihr nicht. Hallo! Komm mal. Ja! Ja! Nein! Fatsch! Hallo, es kommt nochmal mit Hund. Kurz. Hier. Hallo! Ja! Nein! Schieb's rein, schieb's rein. Ich geh nach an. Nein! Mann, dieses Huhn! Gabi! Gabi! Hä? Nimmt er? Äh! Pfff! Seht ihr auch die Herzen? Mann, dieses Huhn! Oh, diese Elektro-Kugel! Wo? Nö! 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 Ja, wo? Nö! Nö! Nicht das scheiße Elektro-Kugel! Warte, warte! Hi! Nö, scheiße, das Huhn! Ha! Ich hasse diese Elektro-Kugel, ne? Hier, Hut! Komm, 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 komm! Elektro-Kugel! Ah! 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 Junge! Ah! Hör mich doch nur um diesen Scheiß-Sohn-Kölber an! Ich hab's geschlagen, ich bin fies! Flo, schieb das bitte rein! Es kann verkaufen! Es Kugel kann verkaufen, bitte! Ja! So einfach! Tschüss! So, und jetzt dieses Ding! Pass, meine Mutter! Das sieht so geil aus! Äh! Gib mir diese... Äh! Das ist so feig, diese Kugel! Ah! Ach, du Scheiße! Ja! Ich hab's getötet! Ja! Und der... Du sammelst! Ja! Ich will mich dann auch nicht direkt, aber ich werde mich dann definitiv für das Zauber spezialisiert! Und ich auf jeden Fall für Strom! Und ich für Zauber 2! Äh! So! Äh! So! So! Äh! Die Zeit sagt 16 Uhr 14? 16 Uhr 14? Bei mir... Ich hab ja das schon vorher aufgenommen... Das Gespräch! So, hab mal! Ich hab sechs Eier! Ey, ups! Äh! Wo? Warte! Kommt nicht raus! Kommt nicht raus! Normalerweise kommt's nicht raus! Komm, 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 komm! Warum kommt da kein Huhn? Ja! Von sechs Dingern! Na, ich hab auch noch eins von acht, ja! Nee! Das wär's aber geil gewesen! Da nicht, da nicht, ich hab' gesagt, der King is back! Ja, der King is so wie so immer da! So! Ah, nee, weg! Ich war noch nicht der Gastwirt weg! Äh! Du bist der Braus! Ich bin der King! So! Wir haben eine Doppeltruhe jetzt schonmal! So! Will jemand ein paar Bärchen? Ups! Ja! Bärchen! Nein, 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 das war mein Stuhl! Meine Stuhl! Meine Stuhl! Wala gibt's dir diese Bäre! Wala gibt's dir diese Bäre! Eine Bäre für dich und eine Bäre für mich! Hab' ich halbe Hunde verlebt! Ja? Ja? Ja, kümmern wir uns ums Haus! Was für ein Hausstück? Äh, Flo! Ja! Ich bin für Flo! Was? Achso, ich kümmere mich ums Haus! Und da soll sich bauen, ist mir auch in das Haus! Wir können Sachen miteinander bauen! Ja, ja! Ich bin der Wesreche nicht der Fan! Ich mach' aber bitte wieder das Dach! Ja, wollt' ich grad' sagen, du machst das Dach! Nee, ich baue das Haus, du baust das Dach! Endet! Endet der Diskussion! Dürfte ich dann die Folge... Ich beende die jetzt mal und geh' dann runter und starte das Spiel neu! Ich baue offline das Haus! Nee! Danke, Bumi! Komm betun! Danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder! Ist der nächste Folge? Achso, stimmt! Ist vorbei! Ja, und dann bis zum nächsten Mal, was auch immer wir machen! Ciao Leute! Ata zvidania! Ata zvidania! So! So! Vielen Dank.